Bastiunski, Schachtowski, 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 wie würde es auf Polen heißen, Bastiun der Schatten? Fadbakan, Fadbakan, wie heißt der Schatten, auf jeden Fall, ich weiß das nicht. Na gut, ist auch kein Polen. Weil ich hab, wir hatten letzten, ah nein, erzähl nicht die Frage. Wir hatten, wir haben, was? Ne, erzähl ich die ja später. Die muss ja hochfahren. Ich glaube, das ist die, wo man verrecken kann. Ja. Ich kann mich an einen erinnern, da war ich schon ein bisschen blöd verreckt. Geh weg. Geh weg. Okay, tschüss. Ne, nicht du. Sie soll weggehen hier. So lang, Schacht, hab auf mich, what the fuck? Das ist so. Nope. 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 Okay, wenn man sich totstellt, kann man dem entgehen. Ja, manchmal klappt das nicht. Ja, wo soll ich jetzt hin? Wo soll ich jetzt hin? Ja, wo soll ich hin? So. 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 Der Boss sagt mir mal irgendwie gar nichts. Bo, sieht die so ganz gut. Ist schon los? Ja. Es sieht gut aus. Ich könnte mir vorstellen, diese gefesseln Dinger haben auch noch okay... nutzen ichbt ganz leicht für ihn. Ops! was kommt ich muss weg ja, komm mal ab hier das kackt wie verfuckt mich die Spanien ja ich sehe schon, da ist ein toten Kopf, aber Nieren ich hab grad, scheiße Alter, hau doch mal ab, du dämlichst kack da mag ich nicht ihn auch nicht, so gut auf Gegenseitigkeit ich weiß, ich hab grad, wie abgelenkt, klick mich denn über den Tasten wir sind die 6, die gar nicht brauchen ach, Mann, verpiss dich, du ja, der Wind ja 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 n mehr und in der Kassel kommst du endlich immer mit der Bombe erweckt doch ich bin ich bin Bruch also gerne Bombe, ich gehe von ihm weg, dann geht er in meine Richtung wieder Naja, vielleicht nicht ohne Grund Mh Scheiße 4, 3, 2, 1 Wo? Wohne Imaginäre Winde auf mir Hey! Aber nicht imaginärer Wind ist ein Wind nicht immer imaginär, ich meine, da kann man Wind sehen Hey, das sieht man ja Hallo! Da ist einer, der heißt Mh-Ham Mh-Ham! Der hat das auch Mh-Ham Oh shit, my fuck Danke Das sind die Kreise Das sind die Kreise Verunerlich Uuuuukiii Jaa Schon wieder Geil Das klingt, als würde einer an seiner Geige üben, sowas Ja, ne? Ach, weg von mir, ihr Bombenleger, ey Ich merk, ich bin heute nicht so schnell Ne? Wobei nicht Ich bin so ein Moment krüppel heute Ich bin so ein Moment krüppel heute Ich bin so ein Moment krüppel heute Ich bin so ein Moment krüppel Ich bin so ein Moment krüppel Ich bin so, was, drei Ich bin mir klar hier Ist die blöd? Pfff.. Praxi, Hallo, bist du blöd? Jaa Ich bin 왜 so.» Passt Union tut Z Дduk-Durk, bist du blöd? Ich bin so grüppel hier, ey Ey, der pustet mich runter, der pustet mich runter Nein, oh fucker, nein Oh, du Arsch Wir haben es bekommen, 681 Öff auch Äh, wo lang? Echt? Ja, ist ja gut Ja, wo war das? Das war auch, äh, eine Toboshoff-Frau, die muss man nicht beantworten Okay, putter Plattengirl, Plattengirl Ah, ich bin Plattengirl Ich bin DJ Protokoll Massenkontroll Mhm 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 Ich bin sehr Stasi Was Stasi? Wie Stasi? 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 Hm Wom gehen die hier raus? Ich weiß auch nicht Ich bin das schon zu hart jetzt hier Ups Ja toll Ja toll Ja toll Die Frömmi Ja Schummei Schummei Ja Ja Römmi Ja Römmi Mühl Ja Die Mistelichtungszene los hier er hat den Aspekt des Rudels gemacht ich habe sie ohne Natürlich blöd, wenn ich's gewesen wäre, wenn ich mitbekommen hätte Ey Opfer, Rudel auch Opfer, Opfer Opfer Ich glaub hier war ich noch nicht drin Hä? Äh, irgendwie, kommt mir da hier gar nichts bekannt vor, oder? Ja, auch nicht Wow Wow Holy 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 smoke Was ist denn da? Die müssen tot sein Was ist das denn ein krasser Boss? Was ist das denn? Nein, das ist nicht los. Das ist das. Ja, der trifft mir ständig von dem Bildschirm am Bildschirm. Vom Bildschirm läuft er dir? Ja, ja. Was hast du denn für Besuch? Drei D-Bildschirm. Drei D-Bildschirm. Kronor ist tot. Der nächste. Ich hab Ackerbockt. Wieso hab ich Ackerbockt? Aran! Einnzym. Wer ist auchir, ich hab die Begegnungen. Nein, einfach an, ich hab dir schon überglästet. Nehmt. Wieso hab ich es schon mal aus? Au, ich hab mich nicht noch nicht erwartet. Läu, ich hab mich noch nicht genau das gewinnert. Das ist auch immer wieder. Ich hab mich noch gesagt, wie wir hier in denmen. Ich hab mich nicht noch mehr gesehen. Ich habe diese E opener. Oh, ich hab mich auch nicht mit einer Eаков. Ich weiß nicht. Das ist noch nicht. Ich hab mich. m mit dem betrunken nach meiner ist auch nicht da mit der dritte ja das ist gut jetzt der Ritual nur ein Zünder die Klinik und Kulte hat uns bereitet wenn wir die Bespielerin und ich bin ich habe mich in die Gäste Gut Ein bisschen höher der Kollege, ne? Ja Du, 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 du A-Pawn, yeah! Ich krieg, äh, Durbson Damage Mhm Das geht mir ein bisschen... Irgendwie steh ich, ja Jetzt rein weiter Äh, hä? Ja? Und du dachtest, ja, und das war, ne? Nö Es geht... Ach so, da ist einer drin, um alles nix Hm, das hat einer HT gezündet, aber AG ist mein Arsch Was ist das? Kann ich wechseln, oder was? Oh da Jetzt in die Seele Ja Mach den Boden kaputt Mach den Boden kaputt Nein Frächer, ey Felcher Oh, habe ich schon christ Ja, ja, hättest du's geschafft Doch ist das soer Das geht Och kaputt Sie Achter ist ein Treiblich nicht vor Ort Nämlich Wissens und sich stein Nämlich hat jetzt die Heilung ich hab's benutzt schmutzig kurve deine mutter schmutzig ich denke du bist doch zeig doch mal wie ob du bist aber auch gut und gut meinen Schmutz wenn ich verkaufe von Boninatoren und klingt nicht was immer mussten die und das hat na um es geht ich weiß nicht ich mich nicht mit dem Problem wissen zum guck anke und mir in den Hut das ist ein altes Blut Wieso hat er wieder so viel Leben? Weil darum Ahhhh Mh 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 Das dauert noch ein bisschen Mh mh oh Was? Ansturm auf mir? Auf dir, ja aber weil ich so Mutmann proben bin ich ausgewichen Wie krieg ich? ich zeig' gerade mal kurz fast aggro ich auch jetzt habe ich komplett abruf ja weil ich äh nicht dort gesteckt haben hallo heilung ja danke oh mein pet ist tot äh yes meint es auch Gesundheit niedrig ähm das sieht nicht gut aus was ist denn hiermit ich bin tot ich noch nicht aber gleich Leute nicht ne tot was zum Fick ist das jetzt werden wir geheilt? also ich verstehe es nicht wofür? mach die Geister doch mhm also wir gehen hier auch sind direkt hier rausgegangen mhm weißt du ein Vibe ist heute gleich der da geht die ganze Selbstbewusstsein flüten ach so ja ja das ist ja tragisch 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 auch äh auch auch Ach man, hier ist es ja, was... Ach man, hier ist es ja, was... Mhm. Wie will ich einmachen? Hauptsache man bleibt freundlich. Hauptsache man bleibt freundlich. Ja. Das ist schön. 48 Gold, die Reparaturskosten. Na, ich guck's schon bei 59. Was? Oh, und, um. Das ganze von vorne. Jo. Jo. Ich hoffe jetzt Google, ob Kaiser passt. Aber ich muss laufen, okay. Muss ich nicht laufen. So nebendisch hier. So hab ich einen Stern über den Kopf hier aufgezogen. Ja. Hast du das? Nein! Wo soll ich das machen? Hm? Hm? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, weiß ich mal nicht, ne? Ja, jetzt ist aber mal gut hier, ne? Was? Ich weiß schon ganz genau. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Okay. Das ist gut, wenn der, äh, wie heißt der Sokratar kommt, dann machen wir die... Ich hab ihn auf. Na. Oh. Ja. 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 Ok, Seele. Seele, Seele, wo bist du? Seele. Ok, Dominator. Wo kannst du? Oh, die Smokes. Holy smokes. Die machen eine Klappe hier. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Oh, ich hab etwas abbekommen, ist das. sie kommt sie können wenn wir in die Brüder und schluss Schatz jetzt ist gut auf den Dominator ne den gibt's nicht mehr äh was ich hab hier voll in die Burg der mich nicht gleich hinrafft weil er kriegt ja voll viel Schaden ne Scheiße uff noch gerettet nicht er kriegt noch zwei Minuten lang äh 19.000 Schaden pro Sekunde ne ach du Scheiße tolle Wurst das ist echt na klar jetzt kommt der Dominator Dominator ok unser Schattenrufer m 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 GZ ihr drückt mir die Daumen ich mache ich ganz tolle und die Zellen die großen okay ich versau's gut kriege ich ihn Top-Nex Google auf die Lob weg ja auch noch verhebt man geht noch weh Lohmung ist so ich bin wer ist immer nicht zu stehen ich bin zu hauptsächlich ist Thomas und anders ich werde er nicht als anders, Thomas! Thomas Rudolf Yusuf Maurice Knochen Ja, von Knochen Von Knochen Ich glaub, jetzt könnte so was werden Bin ich nur tot, dann sind wir noch andere Menschen Nö, bist du der Einzige Ja, schön Ich bin verkackt Och, weißt du Wow Wow, bitch, wow Ah, danke Ich werd wiederbelebt Aber dann muss ich direkt aus dem Müll hier raus So, oh Ja, das ist eine Kiste Das ist sieben Minuten, als sie dort Äh, stimmt Ja, und das der Vorjahr kommt ja auch noch dazu Wo ist die Kiste? Ach, da wo alle sind, okay Mh, verstehe Eine gute, äh, Indikator eigentlich, ne Mh Oh, haha Was ist meine Beine? Oh, die sind weiche Eier, äh Oh, die sind weiche Eier, äh Mh, tollwurst Mh, tollwurst Mh, gut hinbekommen Ja Schreckt das immer gut hin Mh, ich soll mal echt entfernen, ja Mh, ich hab noch mehr Mh, sag mal, bist du besoffen, oder was? Mh, du bist wahrscheinlich besoffen von gestern, ne Mh, das ist ja nicht normal, ey Mh Und das war ich jetzt nicht, das war jemand anderem Mh, ja Mh, machte einer hier den Kohl auch nicht mehr füttern, ne Mh, ja Mh, ha Mh, ha Mh, ha Mh, ha Mh, ha Mh, ha Mh Uiuiui Wunds toll Ah, schade Mh So ihr, bist du wieder tot, oder Nee Das war ich jetzt auch nicht Mh, Alter Tiete Das ist schon ein bißchen lächerlich, Ui. Ach, die kommen irgendwie wieder. Da steht noch ein Lord Aranel, warum ruht den keiner runter? Nein, meine Kraft! Das ist ja schon. Aramel, so. Karamel. Das ist nicht gut, nicht gut. Ja, Jungs. Jetzt aber Gas, ne? Die sind bestimmt auch Mäde-Gutdeutsch. Ach so. Das ist ganz schön groß eigentlich, über den anderen. Ja. Wieder knapp dem Tode in Ron. Ja, das ist gesund. Der hätte auch noch Feuerbrand und all den Scheiß drauf, ne? Gesundheit tot. Gesundheit tot. Oh! Alter! Es geht ab. Halt dich, Johan. Halt dich. Oh, Leute. Oh, ich bin... Pfotzen. Entschuldigung, Kinder. Und Mähem! Äh, ich bin das dritte Mal gestorben, was soll das? Ihr habt 71% Halbbarkeit, ja. Mähem ist auch dort. Mähem ist auch dort. Meinte ich ja. Was hab ich da gerade gesagt? Ja, ich wiederhole es einfach. Ich hab's gelesen. Gut, gut, gut. Ich hab's gelesen. Ah, das ist hart. Ich hab's gelesen. Ich hab's gelesen. aufенueue... Was? Oh ja, muss sein. Hm? Ja, stimmt. Retekto. Geht doch schade. Verkriegt nicht. Ja. Denkstück. Ich sehe hier in Heiler. Wer ist hier? Wer ist hier? Warner Boss? Ja, warner Boss. Der kann noch ein Mensch. Ja, der liegt nicht mit den anderen mit. Der ist deswegen ganz gut bewundert. Ja, wo landet man, wenn man sich jetzt, äh... Äh, keine Ahnung, ich war jetzt aber nicht hier drin. Wow, geschafft. Hallo? Wiederbeleben? Komm, mach. Sieht gut. Ich glaube, die machen das nicht. Echt nicht? Das sieht nicht so aus, ne? Aha. Aha. Ich weiß auch nicht, wo man lang muss hier, keine Ahnung. Halt einen. Also da. Ja. Äh, schön, denn ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ich glaube, das war hier irgendwie. Bist du jetzt rausgegangen? Er steht? Ja. Oh. Weiter. Weiter bis zur nächsten Treppe. So, jetzt rechts. So, jetzt rechts. Und gerade raus. Und gerade raus. Gerade gerade raus. Hehehe. Wie Old School Nobby. Mhm. Weiter gerade raus. Und rechts. Und rechts? Und rechts kalt. Und rechts. Wie viel abends ist es ich nicht? join else? Ja, das ist es. Rund du nicht. Und rechts. Und rechts. Und links. Vielen Dank. 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 Aua 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 Mann wie hier Stürb Stürb du Mader Und wum Ja Tja Du Du Wuh Jo Das hat ja ein ganzes Malchen gedauert hier Ja Oh Und dafür gab es eine Rune der Hyperfürchtung Ja das ist nichts Oh Gott ich sehe nicht mehr durch mein Tassenbundes dieses Kattenspiel Über die unter 100 Gold sein Ja 50 Gold Hä echt? Wieso? Weil die auch gestorben sind Nee du ich hab keine Ahnung Andere können ja mehr bekommen weiß ich nicht Ich hab ihn fast um 50 bekommen Ich auch Was? Mh Ich bin ein Schieter alter Na ja Gut Alles klar War lustig Hmmmm